Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars auf den Bergway Club Server. Wieder mal am Start. Wir haben es voll gekriegt, die Runde. So. Dann wollen wir auch mal direkt in die Mitte. Wir versuchen natürlich, wie wir eigentlich auch gestern versuchen wollten, aber der Server ja halt Probleme hatte, so viele Items wie möglich hier zu benutzen. Ist ein bisschen schwer, wir haben eben eine mega krasse Runde gehabt. Also die haben wir nicht aufgenommen, aber... Die war für mich auf jeden Fall sehr, sehr... Ja, ich war ein bisschen sehr, sehr... Angespont. Ja, das war... Boah, krasse Runde. Ich mach mal eben das Bett ein bisschen. Ist ja eh sehr einfach hier, die Bett. Ich bin in der Mitte. Gut. Kein anderer ist willkommen. Gut, ich mach... Aber die brauchen nicht gerade rüber, kommst du mal schnell wieder? Also zur Mitte. Ja, sieben Blöcke hab ich und ein Schwert. Also so... Also so... Ja, ich sag ja trotzdem, ich hab Blöcke. Als ob du mich bekommen hast. Ich hab beide bekommen. Aber ich hab nicht mehr viel Leben. Ist ja mega cool, wenn du kommen könntest. Ja, Moment. Die kommen nämlich jetzt wieder. Ein Gold? Ich brauch nur ein Gold, dann hau ich ab. Okay, ich schau jetzt mal ab. Weil ich hab nicht genug Leben. Guck schnell, guck schnell. Ja, der Nächste, du bist so schlau. Ich bin doch da. Was willst du denn? Wir haben Hause runter. Woher hatten die auf einmal wieder so schnell ein Schwert? Ja, Eisen bekommen, ne? Komm, mit Essen in die Mitte. Ich muss jetzt ein kleines bisschen ranken noch, ne? Ich hab 5 Gold. Bogen hol ich mir davon nicht, weil... Keine Ahnung, kann ich nicht mit so gut umgehen. Ich hol mir lieber ein Schwert davon, womit ich dann besser hüten kann. Da kommen schon wieder welche. Oh, halt doch. Ich kann eben welche, das sind immer noch die gleichen. Ich brauch Essen. Er ist runter. Ich hab nur eineinhalb, zwei Herzen, zwei eineinhalb Herzen. Ich brauch mal das Bett ein, ne? Hab ich schon. Achso. Ich brauch Essen, ich brauch Essen, ich brauch Essen. Um ein bisschen mehr zu wollen. Okay, die machen jetzt diese... Ich hab irgendwie Teleporter jetzt, ne? Also, einmal, guck mal, was wir lüften. Wollen wir machen? Ich würd sagen, wir stecken erstmal unsere Sachen, um mal zu haben. Warte. Ich geh wenigstens nochmal versuchen. Oh, ein, Alter. Hab den einen runter. Ich glaub, der andere ist noch bei sich in der Base. Dann hol ich mir das Gold. Wir haben sogar Eisen hier hingeschmissen. Hab drei Gold, den hol ich mir doch noch in den Bogen. Wenn ich jetzt noch genug hab. Oh mein Gott, ey. Ich hab nicht meine Brustplatsche gekauft. Ich hab hier eine reingelegt. Ne gute? Ne Einser. Ja, toll, die Brustnische. Noch ein bisschen was zu essen holen. Baut dich rüber. Wohin rüber? Hast du einen Reporter? Ja. Fünfzehn Pfeiler hab ich nur. Fünfzehn ist mir wirklich zu wenig. Ach, was mach ich denn? Bogen. Hier brauch ich ne Inselbrücke zu denen rüber, ne? Wie teuer ist das? Acht. Eisen. Ich hab da mal. Acht Stück. Ja. Okay, die kommen gleich, aber die wieder kommen zurück. Hä? Ich bin ja schon bei dem Reporter. Hier, ist doch gut mit dir das, dann kannst du das Bett abbauen. Ich hab auch nen Bogen. Sind die Beide da? Sag mal. Ich hab nicht mehr viel Leben, Mann. Sind die Beide da? Nein, der eine hab ich getötet. Hast du den benutzt? Mhm. Ich hab keine Inselbrücke, ich bin so schlau, ne? Ich hab noch fünf Dinger. Du müsstest ne Inselbrücke machen und du hast nen Reporter kommen. Kann ich nicht, wir fehlen noch zwei. Dann warte. Die gehen aber gerade, die gehen gerade zurück. Ach, ich hatte mein, mein... Okay, jetzt hab ich eine. Soll ich wirklich eine machen? Ja. Die sehen mich hier schon. Oder soll ich lieber Gold holen? Nein, komm rüber, mein Gold. Das ist halt die Frage, ne? Hallo, ich bin hier drüben. Komm einfach jetzt. Ja. Die können natürlich jetzt locker zu unserem Bett gehen, ne? Das ist halt das Problem. Die kommen aber nicht, weil die mich hier sehen. Wie macht man das? Rüberwerfen, aber da hin und nicht hoch. Nicht hoch. Pass auf, die haben einen Bogen auf jeden Fall. Eigentlich hab die ja getötet, ey. Beide. Ja, glaub schon. Ich hab keine Blöcke mehr, ne? Ja, die haben noch einen Bogen. Boah, ich werd da immer drauf gucken. Wollen wir runterspringen? YOLO? Warte. Ich bin tot. Hä? Ich hab den. Hier, warte. Boah, wenn wir jetzt... Nein, da hab ich das Ende der Brustkack getötet, hä? Hä? Wie konnt ihr denn? Ich bin einfach... Kein Problem, kein Problem, Mann. Wir machen das schon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Hier liegen Schwerte. Ich hab hier schon... Schwerte. Hier guck. Ich hab schon ein Schwert gekauft. Ab in die Mitte. Ich brauch ein Oster. Sind beide hier? Normal. Habt ihr einen? Der eine Bogen. Achso. Nein, der hat den... Hat meinen Block abgebaut, Mann. Schnell, geh rüber. Der steht bei uns am Weg. Ja, geh einfach rüber, mein Gott. Es ist auch kein Block da. Ist runter? Ich bin auch runter. Ja, der andere ist schon wieder da, ey. Wir haben aber noch zwei... Zwei... Was? Ich hab noch zwei Dinger. Zwei Dings? Meinst du, äh... Teleporter. Ja, meint ich auch. Wir müssen irgendwie Gold haben. Das ist das Wichtigste bis jetzt. Erstmal ein bisschen... Was mach ich denn schon wieder? Komm, schnell. Ich geh zu Gold. Was war so'n Geräusch? War das jetzt bei Minecraft, oder? Bestimmt. Boah, ich riss viel Gold. Ich hab sieben Gold. Lass mal irgendwas dafür Besseres kaufen. Geh du um an die Mitte jetzt! Das ist unser Weg auch wieder ordentlich geworden, dass ich nicht... Auf jeden Fall kein Bogen. Bogen ist schwachsinnig. Ist da, ist da. Er ist runter. Der andere ist da. Ich bleib hier oben stehen. Ich guck schnell, ob ich mit dem Bogen... Mit dem links kaufen kann sieben Stück. Ich komm schneller, er ist in der Mitte. Ich kauf das hier einen Tee. Komm her, er ist in der Mitte. Ich geh für den hin. Er läuft zurück. Okay, okay, warte. Geh du da hin. Ich mach hier... Ist jetzt hier TNT hin, bei uns. Dass sie das nicht sehen. Warte mal, ich brauch ne Spitzhacke kurz. Ich hab den eigentlich runter, der kommt rüber. Ja, warte doch. Ich brauch schnell eine Spitzhacke. Ich kann mir keine leisten, Alter. Okay, hab eine. Ich hätte nicht so, dass ich auch eine nehmen kann. Okay, er ist jetzt schon da. Warte, dann mach ich das TNT hier hin. Na, kommst du hin? Ich hoffe, dass er das nicht gesehen hat. Kommst du? Kommst du? Das hilft, glaub ich, nicht viel. Oh nein, das kann man nicht abbauen. Toll, ich hab das abgebaut und das hilft überhaupt nichts. Kann ich mir noch eins kaufen? Nein, es kostet viel Gold. Hast du noch ein Gold? Nein, ich hab gar keinen. Ich bin gestorben. Wie soll ich ein Gold haben? Pass auf, ich hab... Ja, okay, die haben uns jetzt eh. Na, warte mal. Wir müssen jetzt mal runterspannen, dann krieg ich den Fallschaden noch. Ja, aber die kriegen nicht so viel. Ich geh einfach zum Teleporter. Ich auch. Das ist natürlich scheiße, ne? Die haben... Die bauen halt nur unser Bett ab. Oh, wir brauchen so lange, bis wir bei denen sind mit diesen scheiß Brücke hier. Ist eigentlich voll gut, da brauchen wir... Okay, die haben unser Bett. Das macht nichts. Die haben das Bett aber jetzt von denen aus. Wenn du das kriegst... Ich bleib hier oben gesneed. Ich schufe mir erst mal ne Rüstung. Ich hab nämlich gar nichts. Und zwar direkt die beste Rüstung, natürlich. Dann noch ein gutes Schwert. Ich hab auch ein gutes Schwert, ehrlich gesagt. Na, hast du noch Eisen? Nein. Boah, Alter, was für ne Runde, ey. Ich geh in die Mitte. Ich brauch noch zwei Eisen. Eins. Alter, Schwede. Wir müssen da schon teleportieren wie wieder nach Hause. Ich hab keinem... Kein Dings mehr. Mach dich sneaky. Komm mit in die Mitte. Heute noch. Ich komme doch gerade schon. Da ist schon einer. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab den. Alter, haben wir gewonnen? Ja. Nicer, dicer, Alter. What the hell? Das war ne gute Runde. Oh Gott, ey. Spannend, ey. Ah, Anspannung. Okay, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und dann macht's gut. Bis morgen. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.